Musik Was denkst du? Hä? Guck mich an. Morgen schaffen wir das. Oder was denkst du? Hä? Was? Oh ja. Wir schaffen das, mein Bester. Wir werden die Besten sein. Oh ja. Ähm. Ja, guck mich das so an. Wir schaffen das schon. Wir machen wieder dasselbe durch. Wie jeden Tag. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Okay. Das macht jedenfalls Spaß mit dir. Jeden Tag dasselbe zu machen. Ich freue mich schon. Wir sehen uns. Okay, ja. Wir sehen uns. Hey. Ich warte auf dich. Genau hier. Ja, genau hier. Denk ich auch. Guck mich an. Ich stehe hinter dir. Alles wird gut. Du musst viel durchwachen. Ja. Das kann ja sein, dass er auch kein Geld mehr hat. Scheiße, ey. Ah, scheiße, ey. Die haben nur Stress alle miteinander. Bestanden. Ja, das sehe ich auch so. Frischfleisch. So sehe ich das. So, wie spät haben wir es denn hier? 17 Uhr. Noch eine Mission mache ich nicht. Das schaffe ich nicht mehr, oder? Drei Tage. Dann kann ich Montag wieder aufnehmen. Montag bin ich hier, glaube ich, nicht da. Ich muss den Schlüssel abbringen. Dann machen wir noch eine Mission. So, was machen wir jetzt? Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Ja, wir müssen ja. Wir müssen ein Taxi rufen. Taxi ist immer gut. Hi. Kann ich ein Auto bekommen? Danke. Dann muss ich den Ton schnell aufnehmen. Das schnell importieren. Das Video hochladen. Ich muss alles nebenbei machen. Ja, ich habe das. Ich habe ja noch. Ich bin heute so spät aufgestanden. Taxi kommt da schon. Taxi? Ja. Also, woher willst du gehen? Eine Stunde. Dann aufhören. Ähm. Mal gucken. Hallo, der ist da. Salomon. Richard's Majestic. Ähm. Ich werde dich da rein. Ähm. Wir machen. Ich weiß jetzt nicht, was wir machen. Ich hatte irgendwas geplant. Aufnahme machen wir eben bei einem Spiel. Und bei YouTube dann eine Stunde später machen wir dann die Missionen. Dann lade ich euch ein. Dann holen wir uns Pakete. Machen wir mit ein bisschen Geld. Und ein bisschen Rennen nebenbei. Natürlich. Rennen haben wir immer so viel gemacht. Letzte Zeit. Damals von Winnie da. Was ist jetzt los hier? Achso, da muss ich. Ich hatte mir irgendwas aufgeschrieben, was wir machen. In der Aufnahme. Was ist jetzt los? Gucken wir mal an der Seite vorbeilaufen? Aber eh bei ihnen. Ja, da muss ich. Äh. Ja, genau. Äh, äh, wir hauen der eins rein. Wir sehen uns nochmal wieder. Dann hauen wir den nochmal rein. Komm, lass uns abhauen hier. Hey Leute, was macht ihr mit dem alten Kerl? Der sieht doch einfach gut aus. Ja, danke. Geht einfach den hinterher und vernichtigt die Idee. Lösch die aus. Okay, mach ich schon. Schlechtes Auto. Aber egal. Ja, guck mal. Oh, guck. Frau, egal. Keine Zeit. Für sie. MP-Pistole. Wo sind die? Wo sind die? Welche Auto? Da vorne. Das ist das Rote, ne? Komm her. Hat er schon bekommen? Was ist das denn? Naja, das habe ich auf jeden Fall aufgenommen. Und das war, verlasse ich das Gebiet. Ja, verlasse ich schon. Das war geil. Wieder, da habe ich ein Auto geglitscht. Komm mal, geil. Gut, geschafft. Das war schnell. Hallo. Das soll das heißen, Sub. Schon wieder so ein Engländer. You must Deutsche sein. Oh, Mann. So, Auto. Oh, das war das denn? Dem hat aber heute was durch hier. Lustige Sachen. Was guckt ihr so zur Seite? Was ist mit dir los? Was los? Hast du irgendwie Mist gebaut? Hast du irgendwas angestellt? Weil du so komisch guckst. Muss hier dann schnell weg, ne? Von Tatort. Weil das kommt mein Taxi immer aus hierhin. Komm doch schon. Keine Zeit. Salam. Ja, Dummi auch. So, wo willst du gehen? La Mesa. Das ist dein Ding, Mann. Was geht's? Das sind nur kleine Kinder, die immer sagen, Sub, Sub, abonniere mich, ich abonniere dich, dann wird alles gut. Like, nice. Ah, toll. Immer diese neuen Leute dann immer sagen, oh, guck mal auf meinen Kanal, da ist etwas, da musst du abonnieren und sowas. Ne, brauche ich nicht. Muss man nicht brauchen. Können. Wie war denn die Mieze Katze da vorne? Mieze, wollen wir spielen gehen, ja? Wollen wir spielen gehen, ja? Holst du die Kugel, ja? Ja, willst du die Kugel holen, ja? Oh, ich streiche dich jetzt gerade ganz schön, ja? Das ist ja wunderbar. Ein bisschen schneller, ja. Na, komm mal, hey, hey, oh, was machst du denn? Kannst du nennen oder was? Seit wann das denn? Jo, äh, das ist schon länger, da. Mach mal eine Klammerzen selber um meine Unterhosen, weißt du ja. Äh, 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 aber kannst du immer waschen, ne? Oh ja, hört sich gut an, ja. Ihr, ihr habt ja auch eine ganze Menge in die Hose heute, ja, oh, das muss sauber gemacht werden. Oh ja, das hört sich gut an, ey, das mach ich mal eben schnell. Äh, ja, ähm. Ja. Ja, ich hab Probleme mit Trevor, wie du schon weißt, äh, der will bald nicht mehr unter uns weinen. Jo, hab ich gehört, äh, ja, da kann man nichts mehr machen. Ja, wie auch immer. Äh, äh, ja, hallo, ich bin auch da. Oh, das ist so schön, dass du da bist. Äh, ja, äh, kommt hier mal alle her, ja, äh, ich bin auch schon hier, guck mal. Was willst du denn jetzt hier? Ich hab hier so einen Blutfleck auf meine Jacke. Ja, den mach ich vielleicht sauber. Dafür bin ich auch da. Und kein Problem. Ja, was machen wir dann? Äh, ja, äh, Waschlappen, Waschlappen waschen. Oh, das hört sich gut an. Äh, ja, und sortieren nach Farbe. Oh, ey, guck mal, ich bin auch da. Ey, was sind mit euch denn alle los hier? Oder meine Sachen waschen oder was? Das hört sich gut an, ja? Okay, ja, das ist wirklich gut. Äh, ja. Alles wird cool, ja. Äh, äh, wir waschen deine Unterhosen. Aber nicht zuerst zu sagen, bitte, ne. Alles wird gut. Nimm mich einfach so, wie ich bin. Und ich werde besser. Oh, ja. Ja, ich werde besser. Und guck mich einfach an, dann habt ihr Angst vor mir. Ja, ich wasche Trabzim. Ja, äh, hört sich gut an, dass du Angst hast. Ja, äh, ist mir ja auch egal eigentlich. Äh, ja, und ich, äh, was mach ich? Äh, keine Ahnung. Äh, egal, du machst das Richtige. Und du, äh, wir sollten mal uns unterhalten. Komm mal zu mir. Komm mal zu mir. Du kommst zu mir. Komm sofort zu mir. Und wir sehen uns. Tschüss. Äh, ja, äh, ich komm bald zu dir, ne? Ich komm bald zu dir. Oh, das ist gut. Dann wischst du meine Augen draußen. Haha. Dave, let's go. Oh, Mann. Oh, Mann. Immer ich. Äh. Ja, natürlich immer du. Er steigt doch schon in dem Auto ein. Was macht das Taxi denn da? Wann steht das denn da? Komm doch schon. Lass mir ja Zeit. Äh, lass mir ja Zeit. Äh, wir auch mal. So, you got any idea how we'll do this? So, 3 Mission haben wir vorher abgeschlossen. Das ist doch schon wieder schön. Oh, Katze. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Nein, nein, nein. Wir warten, um jemanden zu kommen. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Okay. Und wie wird das? Und wie wird das uns in? So. Oh, Katze. So, wir finden einen dieser Leute. Wir stellen ihn und das ist unser Ende. Okay. Ist das ein spezieller Mann? Ich bin in der Temp-Kompany-Database. Einmal habe ich so oft geredet am Tag, dass meine Stimme nur kaputt ist. Hätte ich. Mal verzehren, ey. Was haben wir denn hier? Ja, die ist in der Himmel. Da kann man jetzt mal nennen. Sag ich immer. Na ja, kann passieren. Was ist denn jetzt so los hier? Müssen wir mal gucken? Was mache ich das? Gucken wir uns erstmal hier um. Das ist der Hausmeister. Ja, Kennzeichen. 1, 2, 1, 2, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 20, 15, 16, 20, 20, 20, 21, 15, 20. Okay, da müssen wir hin. Ich denke, sie werden dich zu töten, bis es ist fertig. Oder bleiben dich zu töten, bis sie 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 nicht. Das ist interessant. Ja, das klingt genau richtig. Was ist das? Ja, was ist das? Ja, was machen wir denn? Okay, so eine Ruplatte. Guck mal. Jetzt können wir auf den Scheiß hier warten, ey. Ich kann kaum was machen. Hier geht's. Los geht's, komm hinterher. Ja, und jetzt! Mann, gib Gas! Verdammt. Es ist schwer zu motiviert auf einen Job, ohne finanzielle Incentive zu werden. Du kannst keinen Preis auf Freiheit. Der Spur wird nicht da für die Crew. Ich werde Herrn Haynes für ein Budget fragen. Vielleicht das leftige Geld aus dem Polito-Score. Wir brauchen etwas. Ja, wir sehen was du kannst. Das dauert ziemlich lange, ne? Vielleicht kommt er da jetzt. Nee, ist aber nicht. Sieht nicht nach Hausmeiß aus. Sieht nicht nach Hausmeiß aus. Ich habe es nicht gesehen. Ich kann ja gar nichts machen. Da kommt er aus. was. Nach jedem Auto Kreis drücken. Ach so. Au, das war der. Wusste ich nicht. Stand ja auch nicht da. Nur einmal stand es da. Okay, nochmal. Was? Nochmal oder was? Das ist aber dumm. Kann man ja nicht wissen. Dann habe ich es mal wieder fantasiert. Ey, das sieht hier so aus, dass man so ein bisschen hochkommt. Nein, dann gehen wir mal. Ich stehe weiter. Oh, ich stehe doch nicht im Weg hier. Lappen. Oh ja, er geht auch aus dem Weg. Oh, Grovel. Oh, Grovel. Weißt du schon, dass die Wellen jetzt höher sind? Höher als sonst. Wenn man mit dem Boot fährt, haben wir ja gestern gemerkt, sind die Wellen richtig, richtig hoch. Wie sonst. Noch nicht. Wesen. Ah. Richtig krass. Oh, einfach ein bisschen Arbeit. Wir dürfen das schon wieder machen. See, we're about to do something really, really, really bad. Wir hatten das schon heute. Take us to the FIB-Bilding. Parkinglot entrance. Ja, da beginnt es. So, you got any idea how we'll do this? Scope it out? Not really, but I thought we'd start by finding a way into the building. We're going in through the parking lot? No, 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 no. We're waiting for someone to come out of it. The Janitor. Alright. And how's that going to get us in? Well, the Janitors are all on Temp-Contract. They get replaced by their tax, though. They ask for a day off. So, we find one of these guys, we turn him, and that's our end. Okay. They're a particular guy? I'm in the Temp-Company's database right now. Found a guy about to block off. I found a guy about to block off. They haven't heard anything. They haven't heard anything. Oh my God. Oh my God. The problem. Sounds good. Ah. Let's wait. Let's go. Come on. Here we go. That's not it. Eh. That's not it. So what do you think about this whole messed up situation? I think they'll either kill you after this is done or keep you doing these stupid jobs until they don't have to kill you because someone else done it for them. Yeah, that sounds about right. That's it? This is not the car we're looking for. So what do we do? Oh, what can we do? We do the job. Maybe you can delete the files when you're inside doing whatever else you're doing. That might be a way out. Yeah, well a way out is exactly what I need. Something's coming. What? Nope. Oh, no. Move. Move. Without financial incentive. You can't put a price on freedom. Well that spur won't be there for the crew. I'm gonna ask Mr. Haynes for a budget. Maybe the leftover cash from the Pulido score. We need something. Yeah, see what you can do. There she is. That's the thing. Stay behind him, but don't let him see you. We'll try it. We'll try it. We'll try it. What's going to happen when this guy gets wherever he's going? He's going to get his severance package. I can't tell if that's some creepy euphemism or a plain statement of facts. It's whatever you want it to be. Oh. Guck mal, wie sanft man fahren kann. Hey, do you mind? Put away the smartphone or pad or whatever the hell that is for a minute. No surfing while I'm trying to tail this guy. It's work related. Yeah, well I prefer all hands on deck right now, if it's okay with you. Yeah, you're worse than my son. You wanna bring him to the FIB's West Coast Headquarters. You're gonna need more than a janitor's license plate number. And let me work on some angles while you keep this car behind that one and between these white lines. That's it. I mean other than a few missing expletives in terms of racial abuse, that was my son in spades. I just spoke with Agent Haynes. We've got the budget to pull this off. Good. Full concentration. Come on. What do we do when he gets home? What do we need from him? We need cooperation and maybe his overalls and an ID. And if he don't cooperate, you know what it's like to clean up shit for Steve Haynes? He'll cooperate. Hey! Hey man, what's up? Hey man, what's up? It's in the back of the Korean barbecue place that serves large intestines and live occupants. I can't even see him. I can't even see him. And there's the only way I can afford the heat. Oh, that's the only way I can afford the heat. Oh, that's the Ampels, eh. Oh, that's the Ampels, eh. Hey, what do you do, right? Come on, we'll go in the seats and let's go in here. We'll go in the way, yeah. We'll go in the way, yeah. Huh? Ja, I'll give that schon gas. Okay. 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 He's pulling over. Stop down the road aways. Okay. Time to make Harvey an offer. Feel him out. Oh, that's the guy there. How's that cable connection coming along? Fine, fine. Sorry, look, um, I'm busy. Okay. All I want you to need is something. Jesus. What's going on, my dude? Hey, buddy. How you doing? What's going on? Somebody, I feel like I live in paradise. You're going to do it now. Oh, cool. You got another one of those, Harvey? Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh. Oh, yeah. 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 Oh, and Harvey, I just wanna put the thing on you. Ich muss wahrscheinlich nicht sagen, das zu sagen. Aber du spielst nicht Ball? Ich habe vorhin etwas, was ich wirklich nicht machen will. Successful? Oh, ja. Was jeder Fall gibt, geht es hier um Unterwäsche. Oder Lappen. Das war einfach. Ich glaube, du warst richtig. Steve Haynes ist ein verdammter Boss. Hey, ich habe Frank, während du da warst. Er kommt, um uns zu treffen. Ja, was brauchen wir für ihn? Rundwerk. Informationen zu sammeln. Welche Informationen? Wenn man jemanden rannt, dann gibt noch mal ein bisschen mehr Gas. Dass man nicht ausrutscht. Das ist ja so. Du bist sicher, dass du diese Pläne brauchst? Ja, ich glaube. Wenn ich nochmal Gas geben. Und zu steuern. Und dann wieder Gas gegen die Kurve. Die Feuerkurve. Ich kann das. Ich weiß, wie man fährt. Ah, er ist bereits hier. Er kommt doch schon. Zu deinem Büro. Ich dachte, wir würden sagen Tschüss für heute erstmal. Naja, wie auch immer. Ich komme erstmal zum Büro. Ich bin schnell halt da als zu. Schlammengrück auf drei Beinen. Oh, Michael, du bist ja auch da. Jo, ich bin auch da. Ja. Was machst du denn hier? Äh, ja. Ähm. Weiß ich auch nicht. Oh, das ist ja eine Überraschung. Ihr seid ja beide hier jetzt. Das freut mich. Ähm. Ich guck mal hier ein bisschen. Oh ja, ähm. Ja. Wir haben auch was geholt. Unterwäsche. Wir sollen die waschen. Und. Ja. Jo. Das hört sich gut an. Ja. Dann habt ihr wieder Auftrag. Wäsche. Waschen. Ja. Wie immer. Ja. Leider. Oh, das ist immer ganz viel Geld, ne? Wir waschen die mal ganz schnell. Und dann bringst du die wieder zurück. Kannst du auch nochmal durchschnüffeln, ne? Wenn du willst. Oh ja, das hört sich gut an. Wir schnüffeln ein bisschen. Kuscheln wir. Ja. Ist gut. Ja. Mit mir auch besonders, ne? Wir können ja fangen spielen. Äh. Äh. Nackt fangen spielen. Wir ziehen uns alle aus und rennen durch die Wohnung. Wer einen kriegt, der kriegt den anderen. Ja. Ja. Das hört sich gut an. Äh. Was machen wir damit an? Wir trommeln noch ein paar Leute zusammen. Wieso in uns? Wieso noch ein paar Leute? Gut. Geschafft. Wunderschön. Speichern den. Ja. Ja. Ein Taxi bei euch. Das wär gut. Danke. Bitte. 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 Nein. Dann geh ich mal woanders hin. Speichern. Höh. 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 Bleib mir nur die Wahl. Höh. Höh. Wir speichern nochmal vor, das ist aber. Man weiß ja nie, ne? Rufen wir an hier bei einem Taxi. Ist am schnellsten. Wie mache ich noch das Frontwerk? Höh. Der auf der Autobahn Taxi rufen. Kann ich den Fahrrad sofort bekommen? Kann ein bisschen dauern. Appreciate. So, das war's meine lieben Zuschauer. Danke, dass ihr eingeklickt habt. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei der Story. Bis zum nächsten Mal. Tschau Leute. Tschau Leute.